Hallo Leute, ich bin Sophie. Vermutlich haben viele Angst davor, im Aufzug stecken zu bleiben. Nun stellt euch vor, ihr würdet zusammen mit eurem schlimmsten Feind feststecken. Hört sich schrecklich an, oder? Genau das ist mir aber passiert. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich klein war. Ich gehe eher nach meinem Vater. Meine Mutter und ich kommen nicht so gut klar. Eine Zeit lang ging es ja irgendwie. Doch dann wurde es immer schlimmer. Eines Tages hatten wir einen Riesenstreit. Wenn das passiert, gehe ich normalerweise zu Papa. Ich packte meine Sachen, zog die Tür zu und ging einfach. Ich wohne in einem 16-stöckigen Gebäude mit zwei Aufzügen, einem großen und einem kleinen. Ich drückte auf den Knopf. Der Kleine kam. Ich wünschte, es wäre der Große, dachte ich, weil ich Platzangst habe. Wenn ich in einem engen Raum bin, bekomme ich Schwierigkeiten beim Atmen. Nach einer Weile setzt dann eine Panikattacke bei mir ein. Aber an diesem Tag wollte ich so schnell wie möglich von meiner Mutter weg und stieg in den kleinen Aufzug. Im sechsten Stock hielt er dann nochmal. Hoffentlich ist es nicht Lena, dachte ich. Und wer steigt ein? Lena. Ich habe sonst keine Feinde, nur Lena. Dummerweise leben wir im selben Gebäude. Sie telefonierte gerade und klang sehr aufgebracht. Ich bin zu Hause, wo sonst? Ich steige gerade in den Aufzug. Die Verbindung bricht gleich ab. Ich rufe zurück, sagte sie. Die Aufzugtür ging zu. Jetzt bemerkte sie, dass sie nicht allein war. Sie wollte gerade Hallo sagen, doch dann sah sie mich. Das brachte sie noch mehr auf. Na toll, sagte sie und drückte wild auf den Knöpfen herum. Sie wollte aussteigen, bevor wir im Erdgeschoss ankamen. Keine Sorge, ich beiß nicht, meinte ich. Frostig, sagte sie. Könntest du auch nicht, selbst wenn du's wolltest. In diesem Moment fing der Aufzug wild zu rütteln an und blieb irgendwann stehen. So, als würde er in der Luft hängen. Lena wartete, dass die Tür aufging. Sie wollte raus. Aber die Tür blieb zu. Sie drückte auf Öffnen. Nichts geschah. Dann drückte sie wieder wie wild auf den Knöpfen herum. Ich konnte nicht anders und sagte, hör auf, deshalb sind wir doch stecken geblieben. Sie blickte mir in die Augen. Wegen mir? Hör endlich auf, immer anderen die Schuld zu geben, wenn dir was Schlechtes passiert, sagte sie. Ich wusste, was sie damit meinte, doch ich sagte nichts, weil ich schon schwitzte. Ich musste hier so schnell wie möglich raus. Ich hatte in meinem Leben drei Panikattacken. Ich wusste, wie schlimm sie waren. Noch eine wollte ich nicht erleben. Ich versuchte, die Aufzugtüren aufzustemmen. Ich zog so fest an ihnen, wie ich nur konnte. Dann begann Lena, auf die Türen einzuschlagen. Sie rief nach Hilfe. Ist da jemand? Wir stecken im Aufzug fest. Hallo! Wir hingen wohl zwischen zwei Stockwerken. Deshalb konnte uns vermutlich niemand hören. Lena holte ihr Handy hervor. Sie wusste, dass sie hier drin kein Signal hatte, aber sie probierte es trotzdem. Sie versuchte, jemanden anzurufen, aber das klappte natürlich nicht. Wir wussten beide, dass man das Signal und die Internetverbindung verliert, sobald man in den Aufzug steigt. Lena stand direkt vor den Knöpfen. Kannst du mal zur Seite gehen? Fragte ich. Sie gehorchte. Wie ich mir schon gedacht hatte, gab es einen Knopf mit einer Glocke. Der Alarmknopf. Ich hielt ihn mehrere Sekunden lang gedrückt. Nichts geschah. Irgendwo musste doch jetzt ein Alarm läuten. Aber wo? Wann würden die Leute, die den Alarm hörten, wohl kommen und uns hier rausholen? Mir zog sich die Brust zusammen. Zu meinen Schweißausbrüchen kam auch noch Atemnot dazu. Lena setzte sich. Sie holte eine Schachtel Kekse hervor und begann sie zu essen. Ich hatte auch noch nichts gefrühstückt. Ich hatte solch einen Hunger. Aber ich würde lieber sterben, als Lena zu fragen. Da wir Feinde waren, würde sie mir sowieso keinen geben. Eigentlich hatte ich sie zuerst als Feinde. Woraufhin sie sagte, wenn das so ist, dann bist du auch meine Feindin. Wollt ihr wissen, was geschehen ist? Wenn ich euch den Grund dafür erzähle, werdet ihr sicher auf meiner Seite sein. Letzten Sommer zog Lena mit ihrer Familie in unser Gebäude ein. Ich sah sie ab und zu, doch wir kannten uns nicht. Als die Schule anfing, waren wir in der gleichen Klasse. Mit der Zeit wurden wir Freunde. Da wir im selben Gebäude wohnten, hingen wir auch nach der Schule miteinander ab. Ich hätte ihr aber nicht so schnell vertrauen sollen. Ich erzählte ihr viele sehr persönliche Dinge über mich. Zum Beispiel, in wen ich verknallt war. Ich fand Mario voll süß, hielt meine Chancen aber für ziemlich gering, da er einer der beliebtesten Jungs der Schule war. Als ich Lena davon erzählte, ermutigte sie mich. Sie sagte sowas wie, du bist ein tolles Mädchen, sag ihm, dass du ihn süß findest. Eines Tages meinte sie, ich werde mit Mario reden. Ich glaube, er mag dich auch. Lass es uns herausfinden. Sie fand ständig Ausreden, um Zeit mit ihm zu verbringen. Einige Wochen später sagte sie, ich muss mit dir über etwas reden. Sie wollte mich treffen. Sie und Mario hatten Gefühle füreinander. Sie simsten die ganze Nacht lang. Schamlos sagte sie, ich weiß, dass du ihn magst. Aber ich habe mich in ihn verliebt. Ich kann nichts dagegen tun. Ich war total entsetzt. Lena, du machst Witze, oder? Fragte ich. Nein, leider nicht. Bitte versteh doch, sagte sie. Natürlich konnte ich das nicht hinnehmen. Sie hatte mich hintergangen. Ich wusste, dass sie eigentlich in wen anders verknallt war. Es ergab überhaupt keinen Sinn, dass sie mit Mario ausging. Wir hatten einen Riesenstreit. In der Nacht stritten wir uns per SMS weiter. In der Schule rief ich sie dann zu mir. Du hast mich hintergangen. Du bist jetzt meine Feindin, sagte ich. Sie entgegnete dasselbe. Unsere Freundschaft war vorbei. Bis wir in diesem Aufzug festsaßen. In meinem ganzen Leben hatte ich nur eine einzige Feindin. Und mit der steckte ich die letzten vier Stunden fest. Draußen herrschte Stille. Wir drückten immer wieder den Alarmknopf. Doch es kam niemand. Entweder war der Knopf kaputt oder niemand hörte ihn, weil Wochenende war. Mir war vor lauter Hunger und Platzangst schon ganz schwindelig. Ich stand kurz vor einer Panikattacke. Plötzlich fiel der Aufzug mit einem Rums einige Stockwerke nach unten. Wir fingen beide an zu schreien. Zuerst wackelte der Aufzug und dann hielt er. Als wir uns etwas beruhigt hatten, bemerkte ich, dass Lena meinen Arm umklammerte. Beschämt wich sie zurück. Ich sah sie an und lächelte. Sie erwiderte mein Lächeln. Ich hatte keine Kraft mehr zu stehen. Ich setzte mich. Lena holte die Kekse wieder hervor. Sie bot mir welche an. Ich wollte dir vorhin schon welche anbieten, hab mich aber nicht getraut. Dankend nahm ich sie an. Lena setzte sich neben mich. Mir war schwindelig. Ich verschlang die Kekse. Weißt du, dass ich unter Platzangst leide? Es könnte sein, dass ich gleich eine Panikattacke krieg. Ich drehe dann total durch, aber keine Sorge, ich tue niemandem weh außer mir selbst, sagte ich. Mir kamen die Tränen, aber ich unterdrückte sie. Sie sagte, das hast du mir nie erzählt. Meine Mama hat auch Platzangst, selbst in einem Rollkragenpulli. Sie kam näher. Schließ die Augen. So beruhige ich meine Mutter immer. Sie nahm meine Hand. Mit sanfter Stimme sagte sie, wir sind an einem wunderschönen Strand. Vor uns liegt das Meer, über uns ist der Himmel. Schau dich um. Was siehst du? Tränen liefen mir über die Wangen. Ich sagte, vor uns liegt das Meer, über uns ist der Himmel. Sie sprach weiter. Wir sitzen im Sand. Kannst du die Meeresluft riechen? Ich entspannte mich. Ja, erwiderte ich. Ich kann auch die Wellen hören. Plötzlich hörte ich draußen etwas. Hey, hey. Ich öffnete die Augen. Das klingt nicht wie eine Welle. Ich glaube, jemand will uns helfen, sagte ich und stand auf. Hilfe, wir sind hier drin zu zweit, brüllte ich. Sofort antwortete uns jemand. Nur die Ruhe, ich hole euch hier raus. Dank Lena fühlte ich mich schon viel besser. Und jetzt, wo Hilfe da war, noch um einiges besser. Ich begann laut zu lachen. Ich sah Lena an. Sie schmollte vor sich hin. Hey, wir sind ja gleich draußen, sagte ich. Sie holte tief Luft. Weißt du, Sophie, Mario ist ein totaler Kontrollfreak. Er ist total eifersüchtig. Es ist furchtbar. Ich will ihn loswerden, aber ich kann nicht, denn das würde dich glücklich machen, sagte sie. Ich hatte nicht erwartet, so etwas von ihr zu hören. Ich schrie vor Freude. Was? Ein Kontrollfreak? Ich hasse solche Typen. Lena sagte, ich auch. Jetzt, wo du's weißt, werde ich endlich Schluss machen, sobald wir hier raus sind. Der Aufzug ächzte und rüttelte erneut. Wir schrien und umklammerten uns. Doch wir fuhren diesmal nicht runter, sondern hoch. Als wir das bemerkten, begannen wir vor Freude zu jubeln. Langsam wurde der Aufzug hochgezogen. Das dauerte etwa eine halbe Stunde. Jetzt konnten wir draußen deutlich Stimmen hören. Die Tür wurde einen Spalt weit geöffnet. Zwei schmutzige Hände griffen hinein. Dann öffneten sich die Türen ganz. Vor uns stand ein Mann, übergewichtig und ölverschmiert. Er keuchte schwer. Man hat mich sofort gerufen, als ihr den Alarmknopf gedrückt habt. Doch ich musste zuerst den Aufzug mit einem Draht absichern. Und das hat eine Weile gedauert. Tut mir leid, dass ihr hier so lang festgesessen habt, sagte er. Es war eine schreckliche Erfahrung gewesen. Aber wir waren endlich frei. Vor Freude gab ich dem Mann einen Kuss. Lena und ich rannten die Treppen hinunter. Wir rannten aus dem Gebäude und ich sah zum Himmel hoch. Das Leben war so schön. Ich sah zu Lena hinüber. Sie telefonierte. Rufst du Mario an? Fragte ich. Nein. Er hat mir 35 Nachrichten hinterlassen. Ich höre sie mir gerade an, sagte sie lächelnd. Wir holten uns Kaffee und gingen in den Park. Lena rief Mario an und machte mit ihm Schluss. Sie legte auf, sah mir in die Augen und entschuldigte sich aufrichtig bei mir. Ich bin nur ein dummer Teenager. Kannst du mir verzeihen? Fragte sie. Während dieser sieben Stunden im Aufzug war eine neue Bindung zwischen uns entstanden. Und als dummer Teenager vergab ich der einzigen Feindin, die ich je gehabt hatte. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Wenn euch wahre Geschichten wie meine gefallen, dann abonniert diesen Kanal. Tschüss. Hallo Leute, mein Name ist Jana. Ich habe eine seltene genetische Störung. Für euch hört sie sich vielleicht nicht mal so schlimm an. Vielleicht hättet ihr sie gern selbst. Nach meiner Geschichte werdet ihr es euch aber sicher nochmal überlegen. Denn man muss schon ziemliches Glück haben, damit man überhaupt so alt wird wie ich. Meine Störung nennt man in der Medizin angeborene Schmerzunempfindlichkeit. Es bedeutet, dass ich keinen Schmerz spüre. Mir tut einfach nichts weh. Tritt mir zum Beispiel jemand auf den Fuß, spüre ich es nicht. Auch nicht, wenn man mich mit einer Nadel piekst. Ich habe nie Kopfschmerzen. Es tut nicht mal weh, wenn ich mich beim Kochen versehentlich schneide. Das mag sich jetzt wie eine Superkraft anhören. Aber so ist es leider nicht. Schmerz ist sehr wichtig für unsere Gesundheit. Ich erzähle euch mal, was letztes Jahr passiert ist. Eines Abends stieg ich aus der Dusche. Beim Haaretrocknen fiel mir auf, dass meine Haut total rot war. Es stellte sich heraus, dass ich viel zu heiß geduscht hatte. Ich bemerkte es nicht, weil ich keinen Schmerz spürte. Ich hatte Verbrennungen zweiten Grades am ganzen Körper. Am nächsten Tag hatte ich überall Blasen. Könnte ich Schmerz spüren, hätte ich bemerkt, dass das Wasser zu heiß ist und mich nicht verbrannt. Wie ihr seht, können wir uns durch unser Schmerzempfinden schützen. Ohne es sind wir sehr verwundbar. Es ist etwas peinlich, aber ich möchte euch noch etwas verraten. Ich spüre nicht, wenn ich zur Toilette muss. Also gehe ich jeden Tag zur selben Zeit auf die Toilette. Mein Körper hat sich daran gewöhnt. Hielte ich diese Zeiten nicht ein, würde ich nicht spüren, wenn meine Blase kurz vorm Platzen ist. Ich merke es erst, wenn es zu spät ist. Also stelle ich den Wecker, damit ich rechtzeitig auf Toilette gehe. Ich weiß, es ist etwas eklig, aber ich möchte, dass ihr meine Situation versteht. Wenn ich nicht weiß, wann ich auf Toilette muss, spüre ich dann auch keinen Hunger? Zum Glück ist das kein Problem. Hunger und das Sättigungsgefühl signalisiert der Körper auf andere Weise. Hunger spüre ich also schon und ich weiß auch, wann ich satt bin. Ich bin froh, dass ich ein Sättigungsgefühl habe. Ansonsten würde ich viel zu viel essen und zunehmen. In der Zukunft könnte das Kinderkriegen ein Problem sein. Durch Einsetzen der Schmerzen wissen Frauen, wann das Kind kommt. Aber Menschen wie ich spüren auch diesen Schmerz nicht. Für euch klingt das vielleicht ja gut. Ihr sagt vielleicht, Kinder ohne Schmerzen kriegen, das ist doch traumhaft. Eine Mutter muss jedoch pressen, um das Kind zu gebären. Wenn man die Schmerzen der Wehen aber nicht spürt, weiß man nicht, wann man pressen muss. Auf natürliche Weise kann ich also kein Kind gebären. Ich werde einen Kaiserschnitt brauchen. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Ich möchte euch lieber erzählen, was ich jetzt durchmache. Könnt ihr erraten, was das größte Problem ist, mit dem ich jeden Tag kämpfe? Ich beiße mir beim Essen ständig in die Wange. Euch passiert das vermutlich nicht so oft wie mir. Weil ihr aus Erfahrung bereits wisst, dass es wehtut. Weil ich keinen Schmerz spüre, fehlt mir diese Erfahrung. Deshalb beiße ich mir oft in die Wange oder auf die Zunge. Manchmal habe ich richtig viel Blut im Mund. Dann muss ich das Essen unterbrechen und den Mund spülen. So wurde meine Störung festgestellt. Als ich Zähne bekam, begann ich auf meiner Zunge zu kauen. Ich kaute und kaute und mein Mund war voller Blut. Die Ärzte sagten meiner Mutter, dass das nicht normal wäre. Zuerst wussten sie nicht, was los war, weil die Störung so selten ist. Dann machten sie einige Tests. Sie stellten bald fest, dass ich kein Schmerzempfinden habe. Laut meiner Mutter war es am schlimmsten, als ich ein Baby war. Zum Beispiel, wenn ich ein Mittagsschläfchen machte. Nachdem ich aufgewacht war, sah meine Mutter, dass meine Augen lila waren. Es stellte sich heraus, dass ich mir die Augen zu fest gerieben hatte. Es gibt immer noch viele Probleme, aber wenigstens müssen sich meine Eltern nicht mehr darum kümmern. Auch in der Grundschulzeit gab es einige Vorfälle. In diesem Alter ist man zu jung, um sich zu schützen. Ich wollte unbedingt Rollschuh fahren. Ich flehte sie an, aber meine Mutter kaufte mir keine Rollschuhe. Also borgte ich mir die Rollschuhe einer Freundin und fuhr los. Als ich heimkam, hing mein Arm ziemlich schlaff herunter. Ich war beim Skaten gestürzt. Ich spürte nicht, dass ich mir den Arm gebrochen hatte. Also fuhr ich weiter, als wäre nichts passiert. Ich stürzte ein zweites Mal. Ich glaube, ich habe mir den Arm an sechs Stellen gebrochen. Bei Kindern heilt ein gebrochener Knochen in etwa einem Monat. Ich trug meinen Gips aber vier Monate lang. In dieser Zeit ist noch etwas Verrücktes passiert. Ich hatte oft blaue Flecken am ganzen Körper und einen Verband an Armen, Beinen und sogar am Kopf. Das fiel auch einer Nachbarin auf. Sie beobachtete mich eine Weile. Wegen der vielen blauen Flecken dachte sie, ich würde zu Hause geschlagen werden und rief die Polizei. Zwei Sozialarbeiter kamen vorbei. Meine Eltern zeigten ihnen ein ärztliches Attest, also ging alles gut. Es ist irgendwie tragisch, aber wir lachen heute noch darüber. Ihr kennt also jetzt alle Nachteile. Hat es auch Vorteile, keinen Schmerz zu spüren? Vielleicht, aber ich habe noch keine gefunden. Wisst ihr noch, wie es auf YouTube total in war, super scharfe Chilis zu essen? Die Videos hatten Millionen Aufrufe. Einige hatten damit viel Geld verdient. Ich könnte den schärfsten Chili in der ganzen Galaxie essen. Ich hätte einen Gastauftritt machen können, ohne etwas über meine Störung zu verraten. Ich wäre berühmt geworden und hätte meinen eigenen Kanal starten können. Ich hätte eine Menge Geld verdient. Ich mache Witze. Lasst euch von diesem Video nicht täuschen. Ich stehe ungern vor der Kamera. Außerdem möchte ich nicht an etwas verdienen, das mir solche Schwierigkeiten bereitet. Ich habe irgendwo gelesen, dass ein Typ aus Indien mit dieser Störung Geld verdient. Er macht Straßenshows und rammt sich Spieße in den Körper. Läuft durchs Feuer und lässt Autos über seine Füße fahren. Auch wenn er keinen Schmerz spürt, ist es sehr riskant. Er könnte sich schwer verletzen. Menschen wie ich leben in ständiger Gefahr. Mit solchen Stunts ist unser Leben noch gefährlicher. Leider hat man mit dieser Störung eine geringe Lebenserwartung. Ich habe euch eine Menge erzählt. Ihr habt jetzt also eine erste Vorstellung. Jederzeit könnten hunderte von möglichen Problemen auftreten. Ein Herzinfarkt etwa. Es gibt Anzeichen dafür. Wenn man Schmerzen in der Brust hat, sollte man sofort ins Krankenhaus fahren. So können die Ärzte einen Herzinfarkt möglicherweise verhindern. Bei mir geht das aber nicht. Ich würde keine Schmerzen in der Brust haben und den Herzinfarkt erst bemerken, wenn es schon zu spät wäre. Es gibt aber eine Sache, für die ich dankbar bin. Ich habe keine Schmerzen bei der Periode. Für meine Mutter sind sie schrecklich. Die Schmerzen beginnen lange vor ihrer Regel und dauern tagelang. Wenn ihr Schmerz spüren könnte, würde ich wahrscheinlich leiden wie sie. Zum Glück muss ich mir da keine Sorgen machen. Eine andere coole Sache ist, dass ich keinen Juckreiz spüre. Auch andere Menschen mit dieser Störung juckt es nicht. Ich bin eine von ihnen. Ich habe mich noch nie im Leben gekratzt. Egal wie viele Mücken mich stechen, es juckt mich nicht. Selbst wenn die Mückenstiche rot und geschwollen sind, jucken sie nicht. Aber es ist irgendwie lustig, denn die Mücken lieben mich. Aus zehn Leuten in einem Raum werden sie mich auswählen. Spürte ich den Juckreiz, hätte ich ein Problem. Auf diese Weise gleichen sich die Vor- und Nachteile wohl aus. Je mehr ich euch von den Vorteilen erzähle, desto mehr fallen mir ein. Ich schwitze nicht, auch wenn es ziemlich heiß ist. Was hat das mit Schmerz zu tun, fragt ihr euch? Das stimmt. Aus irgendeinem Grund schwitzt man wegen dieser Störung nicht. Ich weiß also, dass ich niemals rieche. Ich habe noch nie Geld für Deo ausgeben müssen. Mein Arzt beobachtet meine Störung schon seit Jahren. Er sagte mal, der einzige Schmerz, den du erleben wirst, ist Herzschmerz. Ich habe mich noch nie verliebt. Ich weiß, es ist albern, aber ich träume davon, mich in jemanden zu verlieben und dann von dieser Person verlassen zu werden. Um diesen Herzschmerz zu spüren. Ich habe online gelesen, dass sich Herzschmerz wie körperlicher Schmerz anfühlt. Vielleicht kann ich so erleben, was Schmerz ist. Wer weiß? Vielleicht passiert das ja irgendwann. Aber noch eine letzte Sache. Gibt es dafür ein Heilmittel? Leider nein. Die Ursachen und Bedingungen dieser Störung sind aber bekannt. Vielleicht gibt es also schon bald ein Heilmittel. Weltweit leiden jedoch nur wenige Menschen unter dieser Störung. Die genaue Zahl ist nicht bekannt. Vermutlich sind es unter 500. Für Pharmakonzerne bedeutet das weniger Patienten, weniger Geld. Niemand möchte in die Suche nach einem Heilmittel investieren. Wie ihr sicher wisst, werden viele Heilmittel durch die Forschung entdeckt. Es vergehen Jahre, bis dann ein Medikament entwickelt wird. Noch gibt es keines. Aber vielleicht entdecken sie schon bald etwas. Danke fürs Zuhören. Jetzt kennt ihr meine Geschichte. Aber verratet mir, hättet ihr gerne meine Störung? Teilt mir in den Kommentaren mit, was ihr denkt. Wenn ihr noch mehr interessante Geschichten hören wollt, dann abonniert diesen Kanal. Wenn ihr eine Geschichte habt, schickt uns ein E-Mail. Die Adresse ist im Beschreibungsfeld. Tschüss!